Musik Musik Das Haus der Bestattung Bloberger KG wird in der vierten Generation geführt. Seit 1999 führt Wolfgang Bloberger das Bestattungshaus. Musik In den alten Räumlichkeiten aus dem 16. Jahrhundert werden die Aufnahmegespräche geführt. Musik Abschied gestalten mit Herz, der Leitsatz unseres Bestattungshauses. Wir kümmern uns gemeinsam mit den Hinterbliebenen um eine persönliche, individuelle Gestaltung und Abwicklung der Trauerfeier. Vor allem ist uns der persönliche Kontakt mit den Hinterbliebenen sehr wichtig. Vom Beginn des Aufnahmegesprächs bis zum Begräbnis und vor allem darüber hinaus, sie in dieser schweren Zeit begleiten und beraten zu dürfen. Musik Musik Bin ich überall und immer da. Ich habe Heimat in der Ewigkeit, was unvorstellbar klingen wird, war. In ihm sind wir uns nah, wenn ich gegangen bin. Musik Das Haus der Bestattung hat seit 2017 eigene Räumlichkeiten, in dem Seminare, Vorträge und Weiterbildungskurse abgehalten werden. Musik Seit 2017 haben wir ein Filialbüro in Lenzing für unsere Lenzinger und Rosenauer, um in vertrauter Umgebung für Sie da zu sein. Wenn es Abschied nehmen heißt, ist das Haus der Bestattung Bluberger die richtige Wahl für Sie. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020